Noah So, so far wieder So, wir spielen diesmal Sgt. Paul Jackson Ich habe keine Ahnung was das noch erwarten wird Ich bin sorry, dass wir eigentlich auch im letzten Part Sehr, sehr leise war Wie gesagt, war nachts und so und hatte noch keine Sound-Anstellung Bla, da, da Jetzt ist das Spiel auch ein bisschen leiser Und erstmal Und erstmal Alligato, meine Kadettin Und wir kommen hier zurück zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare Schon mal ein bisschen Stress verursacht mir Ja, muahahaha Wenn ich eins nicht kann, dann ist es beim Fliegen schießen Ich hasse das, eigentlich viel fest Ist schon bei GTA so schwer So, komm, ab geht's So, Paul Jackson, dann sag mal, was du drauf hast Oh Okay, Sergeant, alles klar, da sind alles Kollegen So, wer bist du denn eigentlich? Äh, Private Misset Lieutenant Und Private Misset Und Private Misset Sicher? Oder safe? So klar, dass ich wieder vor muss Alles klar Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Hallo? Upsala, erschrocken! Fick dich. Wären die andere Nation nicht weg. Alles klar. Hey Jungs! So, jetzt erstmal nachladen hier. Und jetzt wieder wagen. So, erstmal hier zu. So, jetzt erstmal hier Fernsehen ausmachen. Ja, der kippt mir halt voll auf den Sack. So, jetzt erstmal nachladen hier. Ich weiß nicht, was ich da nicht getroffen habe. Okay. Und mir war auch klar, dass hier Daten sind. Und nochmal so ein paar Dingens. Position auch. Das ist doch sehr schön. Findet ihr mich auch? Oh. Okay. Draganov, Draganov. Ne, Draganov möchte ich jetzt nicht unbedingt nehmen, weil ich weiß nicht, ob wir snipern müssen. Ja. 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 Wir haben auf jeden Fall hier eine Shisha stehen. Das ist schon mal ein Vorteil. Die hatten zumindest das Shisha stehen. So. Hier können wir unser C4 ... ne, nicht nur C4. Unsere Clamer noch aufodenieren. Auflusten. Zu USP. So, naja, wie sieht die denn aus? 64 Schuss und damit haben wir 90 Schuss. Ich nehme lieber die mit 90 Schuss. 80 Schuss. 90 Schuss, weil... Hier ist ein leerer Raum. Entschuldigung. So. Dann, äh, wohin gehen wir? Hier rein. Ich kann mich noch in den alten COD-Teilen erinnern, wo man noch Verletzungen hat, wo man was gegessen hat. So, hier bei Wolfenstein noch. Jesus, Snitch, Alter. Verreck. Hallo? Wir müssen alle Personen überprüfen und so aller Saat identifizieren. Hier ist der Lichtsaat. Kein Zeichen von Alla Saat hier, Sir. Auf Quartier. Hier rein. Das Problem ist ja, ich habe von einem sehr hohen Öffentlichkeitsspiel. Äh, da kann man... Ich stehe jetzt jetzt mal in den Mos ein bisschen weiter runter. Achtung. Ich habe eben Erfahrung, dass Alla Saat einen alten Kürzee wieder öffnet. Ja, ich stehe wieder hoch. Und dann habe ich noch eine kleine Herausforderung. Oh, siehe muss ich... Alles klar, Private. Eif, wo man sagt, ich bin nicht Private, sondern einfach Miss Say oder so. Aber ich sage immer gerne Private und das alles. Oh, fuck! Das war's hasse ich auch. So 156 Meter noch. Äh, 100... Verfickte Scheiße. Okay. Auf die Fresse gekriegt. War so gewollt. Das will ich mal klarstellen hier. Ja, jetzt machen wir Flug. Nein, nachladen ist jetzt nicht. Das ist nicht schön. So. Boah, ich sehe nichts. Boah, Alter. Jesus. Oh, Leute. Ich habe flüssig. Äh, falsche Kramata. Tschüss. Hatte ich Lecks gehabt? Schon die ganze Zeit über? Oh, Auto war schon kaputt. Na gut, dann halte ich jetzt eine Granatoren mit Zeit verschwemmt. Das ist mal ein Lachladen. Das war Abflug. So. Hallo. Hallo. Mach mal. hier lang wie vor so aus Verbündet auf 6 Uhr, okay, hört sich schon mal gut an. Ja, Nase juckt. Zum Beispiel Speicher, ah, okay. Fuck, ich seh nix. Mann an Bohnen, Mann an Bohnen, Mann an Bohnen. Oh, scheiß bin ich geflasht. Alter. Die Nücher, Alter. Jetzt nicht mehr. So, sieht wohl okay aus. Nachladen. Ey. Die Fuhren von einer Granatdecke. Nee, sag mir was von alles. Armk, du Bitch. Oh, fuck. Gute Idee. Apropos, du ne Idee. Danke. Äh, AK-47, Renaria. Na, jetzt gibt's Party, Jungs. Der Draganov, kann ich dir jetzt schon gebrauchen? Egal, ich nehm die AK mit. Ach, ich hab schon so ein Reikettenwerfer mit oder wie. Naja, okay. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Lasst du favor, lasst du favor. So. getroffen fragezeichen ich höchste nicht getroffen wäre auch zu schön gewesen habe ich mir mal sagen lassen ich strecke den verdammten schädel raus keine splittergranate mehr durch das ist natürlich hart gay ja okay habe ich mir besser vorgestellt ich weiß auch nicht ob hier auf dem freien feld noch welche sind also von denen jetzt erstmal nicht mehr mal looten das finde ich jetzt hier nicht so witzig gut hallo so final contact ok ah final contact ok so wer von euch snips hat die granate geworfen? du? du da hinten? vielleicht hast du dir geworfen? vielleicht aber auch nicht werden wir nie erfahren nein ok der lieutenant ist noch im Leben, da war er in private ruhe und frieden bro so äh hier lang oh shit jetzt zweifelt das jetzt ein bisschen ärgerlich Moment mal ich kann doch dahin tüben, ich Idiot dafür tödlich mann ja ich hätte rausreden sollen oh 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 da fang ich von hier hinten wieder an? mh hm w sil W應 mh stop rum put na Was ist denn jetzt? Macht doch jeden Abflug, ey. Nicht getroffen, ne? Also klar. Welchen Typ da jetzt hin? Getroffen. Getroffen. Kein. Guck mal, was von Waffenstabellus hier gehört. Nein? Ich auch nicht. Okay. Nachladen. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Alles klar. Wird dir zu die coolen Marsch versenken, ne? Komm, steh auf. One with one. Als erstes schießt. Du NGOZenGer, 있나 ich nicht? Okay. Neeh. Das ist alles klar. Was ist die queen? Nicht so witzig, nicht so witzig, nicht so witzig. So, Abflug. Wow. Hallo? Wird das sein können, ne? Nicht so gut. Okay, jetzt muss ich überlegen und ablehnen. Ich hab Angst nach vorne zu gehen. Hallo? Hallo? Prost. Jetzt ist der Abflug hier und jetzt lass mich jetzt mal hier in Ruhe. So, jetzt ist er trotzdem noch gestorben, obwohl ich ihn nicht genug geschützt habe. Mein Gott, haben die mich jetzt erschrocken, ja? Ist ja schief. Vielen schön. Bitte. Irgendwann. So, Jungens. Wir wollen Stress. Dann noch von euch. Aber gut. So, wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich jetzt hier rein? Oh, das kann ich hier auch sein. Nein, kann ich schon miss. Ach, egal. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Müssen wir ja. Hier ist safe, die Geist. Zielgebäude. Ja, okay. Wir haben die TV-Station abgeschottet und umgestellt zahlt. Gut, in Position zum Stürmen gehen. Ich hasse es ja eigentlich, hinter mir umgeholt zu sein. Hintergebäuden zu stehen ist immer scheiße. So, wer macht die Tür auf hier? Ich? Mann. Der Lieutenant. Hi. Ich hoffe, ich habe meine Leute geflasht. So, nichts, was ich hier einsammeln könnte, ne? So, hier darf ich auf jeden Fall nicht Messer, nicht so wie vorher. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Aber sie sehen nicht so aus. Nein. So, Fanaten kann ich auch noch mal machen. Geil, scheiße. Schon geil. Alles kaputt, aber der Monitor funktioniert. Überraschungen. Alles kaputt, aber ... Ich lass mich noch mal machen. ob hier irgendwo Auftragsdaten sind oder irgendwas der selbigen ob wir sind, wann haben wir das eigentlich angepasst? 20 oder irgendwas in der Richtung? dieser Raum weckt ich würde jetzt nicht sagen Erinnerungen, aber der sieht nicht gut aus das war das war das war Untertitelung des ZDF für funk, 2017